hallo leute im heutigen video beschäftigen wir uns mal mit dem plugin für cura nämlich cura to moonraker um direkt dateien oder beziehungsweise gcode dateien aus cura auf clipper hochladen zu können oder ja klipper ist halt für mich der überbegriff das gesamtsystem in dem falle ist es halt jetzt ein mainzell wo wir mit den dateien dann hinterher arbeiten werden weil ich finde mainzell halt mittlerweile echt deutlich besser wie opto print und deswegen ist für mich halt jetzt das gewählte mittel zum zweck im prinzip mainzell und da funktioniert dieses plugin deutlich besser wie denn das opto print plugin womit man auch auf clipper direkt hochladen kann das funktioniert also auch das werde ich ganz kurz mal zeigen aber nicht groß erwähnen weil ich will das video jetzt nicht unendlich in die länge treiben denn an und für sich ist die einrichtung gar nicht schwer und es ist auch gar nicht viel ich schalte euch jetzt mal auf dem bildschirm also da habe ich schon direkt die seite offen und habe auch schon die seite offen die wir brauchen für das cura to moonraker plugin ich zeige euch aber jetzt noch ganz kurz die andere seite also hier auf der seite wird das ganze jetzt beschrieben für das opto print plugin das könnt ihr euch auch selber durchlesen auf der mainzell seite das ist gar nicht schwierig was ich euch allerdings sagen kann wenn ihr mainzell verwendet dieses opto print compact was in die moonraker.conf eingefügt werden muss braucht man nicht mehr das steht mittlerweile standardmäßig mit drin wenn ihr die mainzell installiert habt auf dem pie das passt also soweit alles und ansonsten müsst ihr euch halt nur an der anleitung entlang hangeln und dann funktioniert das auch ja zu dem cura to moonraker plugin ist es halt so wir haben halt dort die möglichkeit größere thumbnails hochzuladen als mit dem opto print plugin was ich halt schöner finde weil dann kann man sich die halt richtig groß machen wenn man gerade wenn man viele teile offendings hat sieht man halt die teile auch besser und es macht halt auch einfach mehr her fürs auge ja das ganze sieht dann so aus wir gehen jetzt erstmal zu github damit wir grad mal auf die zeit damit wir dort halt das ganze dann runter laden können wenn github angekommen gehen wir halt einfach dann wie immer auf code download zip so wie es halt auch bei der marlin ist und hier ist es jetzt ganz wichtig zuzuhören denn wir gehen jetzt in diesen ordner rein von dem cura to moonraker plugin main und dieser ordner der dort drin ist das ist der einzige ordner den ihr für pura braucht installiert ihr nämlich diesen kompletten ordner diesen cura to moonraker plugin main dann findet cura den das plugin nicht in cura kann nicht in eine ordnerstruktur rein schauen sondern es braucht im prinzip einen ordner wo das plugin drin liegt uns funktioniert das ganze nicht und license text und treat bmd ist auch wird auch nicht benötigt das ist also auch für hinten runter sage ich jetzt mal das heißt sie entpackt dann einfach diesen ordner in euren ordner das hier geht dann in den cura ordner direkt rein und geht dann in plugins und würde jetzt hier einfach sagen okay damit der ordner halt komplett da rein kopiert wird und dann seid ihr an der stelle schon fertig habt ihr allerdings eine einzelplatz installation das bedeutet jeder benutzername bekommt quasi nur die installationen angezeigt die ihm gehören dann sieht die sache ein bisschen anders aus weil dort müsst ihr dann über diesen fahrt gehen der hier halt hinterlegt ist das heißt ihr müsst dann über euren benutzernamen appdata roaming cura und müsst dann quasi dort in den plug-in ordner rein und da müsst ihr dann auch dieses den gleichen ordner rein kopieren allerdings ist das halt wirklich nur für die einzelplatz installation für die die normal installiert haben ist der fahrt wie ich ihn gezeigt habe der richtige und dann seid ihr im prinzip dort schon fertig weil ansonsten gibt es da nichts mehr einzurichten danach startet ihr halt cura und in cura könnt ihr dann jetzt in den drucker verwaltung reingehen und in der drucker verwaltung sollte dann eigentlich ein neues feld aufgeploppt sein nämlich connect moonraker und in dem connect moonraker sieht es dann so aus dass ihr hier oben halt die adressurl eingeben könnt ich tippe jetzt hier einfach mal was rein weil ich habe es nicht drinnen stehen und ganz wichtig damit ihr halt auch das thumbnail bekommt ihr müsst hier unten das output format von gcode auf ufp-with-thumbnail umstellen dann bekommt ihr das thumbnail mit dazu und habt dann auch ein schönes bildchen wenn ihr den druck starten wollt wo ihr halt seht welche teile in dem druck überhaupt drinnen liegen über octoprint halt wie gesagt auch aber das thumbnail ist etwas kleiner und ein bisschen unschärfer also mir gefällt der direkte weg mit diesem connect moonraker deutlich besser es ist auch deutlich schneller und einfacher zu handhaben adresstechnisch sieht es dann so aus wenn wir jetzt hier in die einrichtung reingucken dazu gehe ich noch mal zurück hier unten ist ja ein kleines ein kleiner screenshot sie gibt im prinzip eure ip-adresse ein wo halt der drucker sich befindet und die portnummer hier hinten wie sie im bild gezeigt wird wird nicht mehr benötigt ich habe das mit und ohne probiert es funktioniert mittlerweile beides und wie gesagt dieses ufp-with-thumbnail das ist halt auch wichtig ja und dann ist es das eigentlich auch schon gewesen an der stelle also mehr gibt es dazu im prinzip nicht zu sagen dann könnt ihr ganz normal die sachen hochladen ihr müsst da gucken dass clipper nicht irgendwie im shutdown oder so steht weil dann funktioniert es nicht denn clipper ist die verbindungsschnittstelle zwischen moonraker und der virtuellen sd karte dann würde ich sagen als erstes video nach meiner krankheitspause reicht es jetzt erst einmal und dann bis zum nächsten video habt noch ein schönes restwochenende eine schöne restwoche eine schöne restwoche ja genau eine schöne woche und lasst ein abo da und aktiviert die glocke damit nichts verpasst